Hallo ihr Lieben! Ja, herzlich willkommen zur Auslosung. Ja, wir haben jetzt 18 Uhr, heute ist Montag. Ich habe gesagt, bis Montag 18 Uhr könnt ihr euren Kommentar abgeben und nehmt so an der Verlosung teil. Da ist mein kleiner Sohnemann. Hi! Das ist dann quasi euer Glücksbringer, das ist der, der jetzt gleich das loszieht und ja, wo wir dann wissen, wer dann die tolle Kiste von mir gewonnen hat. Ich würde sagen, du mischst nochmal gut durch. Schön mischen, mischen, mischen. So. So, schön mischen, Tobias. Nochmal schön mischen. Da sind jetzt, wir haben sieben Teilnehmer, das heißt für euch steigt natürlich die Chance, dann was zu gewinnen, weil es nicht ganz so viele sind. Jeder steht auf einem gelben Zettel, also es gibt wirklich keine irgendwie Manipulation. So, dann ziehst du mal einen Zettel raus. Augen zu, Augen zu und einfach einen Zettel ziehen. Okay, aufmachen. Und dann einmal hier hin halten. Wer ist das? Michelle R. hat gewonnen. Ja, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. So, ja, liebe Michelle, nochmal herzlichen Glückwunsch. Du bist gelost worden von meinem Sohn. Du hast jetzt eine Woche Zeit, dich bei mir zu melden. Am besten über meine E-Mail-Adresse. Die findest du unter meinen Videos, meine ich. Oder halt in meiner Kanal-Info. Auf jeden Fall meldest du dich innerhalb einer Woche. Wenn nicht, losen wir nochmal neu aus, weil ich das natürlich jetzt nicht, ja, drei, vier, fünf Wochen hier liegen stehen lassen kann. Allen anderen, die jetzt diesmal leider kein Glück hatten, seid nicht traurig. Ich habe ja gesagt, bei jedem Mal, wo 100 Abonnenten voll sind, also beim nächsten Mal bei 200 Abonnenten gibt es eine neue Verlosung. Und somit hat dann auch, ja, habt ihr dann einfach nochmal die Chance, was zu gewinnen. So, ich hoffe, das war jetzt, ja, gut. Und ihr möchtet weitere Verlosungen haben. Fände ich super. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.